Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Ei, nein, wunderschön, guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 21. Juli 2021. Und ihr hört heute wieder, oder hört heute im Speziellen die Geek Talk Daily 1045 mit den folgenden Themen. Handbrake, Updates, Petal Maps, OPPO Watch 2, Snap und Duck Duck Go. Ich starte gleich mit Handbrake. Viele der etwas älteren unter euch werden sie vielleicht noch kennen. Die App, mit der man DVDs rippen konnte. Was habe ich die früher bis zum Glühen meiner DVDs-Laufwerke genutzt, um meine ganzen tausenden von Filmen, die ich hatte, in digitale Versionen umzuwandeln. Die gibt es immer noch. Ich wusste gar nicht, dass es noch DVDs gibt. Scherz am Rande. Aber auf jeden Fall, das neueste Update ist für all diejenigen interessant, die im Besitz eines Apple Silicon Macs sind, also ein Mac mit M1-Prozessor drin. Denn in diesem Update ist neben ein paar normalen Bugfixes und solchen kleinen Geschichten eben auch die Kompatibilität zu rechnen aus dem Hause Apple mit dem M1-Prozessor. Dann, gestern habe ich die Episode ein bisschen früher aufgezeichnet. Deshalb habe ich auch das Update verpasst und das gibt es erst jetzt. Apple hat veröffentlicht und zwar iOS 14.7 für die iPhones, das gleiche für die iPads dieser Welt. Auch die Apple Watch hat ein Update bekommen. Doch was ist da jetzt drin? Viel Kleines. Es ist unter anderem zum Beispiel die Möglichkeit, die jetzt bald kommenden MagSafe-Batterien überhaupt zu nützen für die ganzen iPhone 12 und Co. Modelle. Dann sind verschiedene kleine Geschichten, wie zum Beispiel im Bereich der Podcast-Mediathek. Da hat man jetzt die Wahl, alle Sendungen zu sehen oder nur die Sendungen, denen man selber folgt. Finde ich sehr, sehr praktisch auf jeden Fall. Bei WatchOS ist vor allem EKG für diverse weitere Länder. Insgesamt sollen 30 weitere Regionen dazukommen, die jetzt eben auch die EKG-Funktion nutzen können. Huawei hat vor kurzem am Harmony Event seine Watch 3 vorgestellt und die hat jetzt eine neue App bekommen. Und die App, die jetzt darauf kommt, ist eine Huawei-eigene, nämlich Paddle Maps. Was ist Paddle Maps? Das ist die Kartenfunktion oder die Karte von Huawei, gleich wie bei Apple. Apple Maps ist bei Google Maps ist es bei Huawei Paddle Maps und die kommt jetzt per Update auch auf die Watch. Somit ist das Navigieren, wie man es kennt, auf einer Apple Watch mit Vibrationen nach links und rechts und so weiter. Sehr, sehr angenehm und jeder, der das hat, sollte das unbedingt nutzen, würde ich doch sagen. Wer sich ein Video zu Paddle Maps anschauen möchte, auf daily.geektop.ch, ein Podcatcher eures Vertrauens oder auf, ja, generell da eben, wo dieser Podcast ist, findet ihr den Link zu einem Beitrag von mir, wo eben auch dieses Video zu Paddle Maps drin ist. Oh, da könnte ich mal ein Update machen, denn jetzt in den letzten zwei Monaten sind da einige neue Funktionen dazugekommen. Wir gehen ein Thema weiter, bleiben aber bei Technik, logischerweise, und auch bei Smartwatches. Nämlich soll Apple seine Watch 2, ein knappes Jahr nach der letzten, nach der ersten, vorstellen. Der Termin wurde genannt, zumindest in China, wird vorgestellt am 27. Juli, also noch siebenmal schlafen und dann ist es schon soweit. Und basierend auf dem Qualcomm Snacktreppen, wir 4100, also schon ein bisschen ein Flotterer als die Älteren. Ich bin mal gespannt, was alles kommt. Man munkelt 16 Giga interner Speicher plus eSIM und LTE Unterstützung und in zwei Grössen. Ich hoffe, ich kann mir die dieses Jahr auch mal ein bisschen genauer anschauen, denn sie schaut wirklich spannend aus. Auch wenn sehr Apple-lastig, aber deshalb, vielleicht gerade deshalb auch spannend. Wer weiss, wer weiss. Snap, das Unternehmen hinter Snapchat, hat dazu gekauft. Ja, es ist Sommer und dann berichten wir auch über Zukäufe. Vertebrei, wie auch immer das Unternehmen heisst, ein Start-up, das sich im Bereich der 3D-Visionierung respektive der AR-Umsetzung gewidmet hat und damit soll dann die Möglichkeit oder mehr Möglichkeiten einziehen bald, womit man dann auch auf Snapchat in Zukunft mehr shoppen kann. Passt ja zu Instagram, die aktuell ja gerade erst verkündet haben, dass sie kein Bilderdienst mehr sind, sondern eine Shopping-App. Ach ja, noch ein bisschen Messenger und Video-Zeugs-Geschmeuss-Dingy. Zu guter Letzt gibt es noch sinnvolle Neuigkeiten. Wer gedacht hat, oh, diese Apple-Mail-Adresse-Geschichte ist doch toll. Ich habe aber leider kein Apple-Device. Der hat ja zum Glück auch Alternativen. Temp-Mailer oder Firefox haben auch entsprechende Lösungen. Und jetzt kommt DuckDuckGo daher und bietet euch eine at DuckDuck.com E-Mail-Adresse. Ich werde mir da ziemlich schnell, wenn es dann möglich ist, natürlich auch eine sichern. Denn der grosse Vorteil an dieser E-Mail-Adresse ist, die könnt ihr überall da angeben, wo ihr nicht ganz so sicher seid. Und die E-Mail-Adresse wird aus eigener Entwicklung, also ohne Einbindung von einem Drittdienst, euch die ganzen Tracker aus der Mail nehmen. Ich weiss, die ganzen Marketing-Menschen da draussen werden nicht nur oder hassen aktuell Apple schon ganz stark und hassen auch mittlerweile dann logischerweise DuckDuckGo. Aber für den Grossteil der Menschen ist sowas auf jeden Fall nicht verkehrt. Ja, das war es schon mit den Neuigkeiten, die ich heute zum Tagesstart habe. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Habt einen schönen und sonnigen Tag vor euch. Auch nach der Arbeit logischerweise. Und könnt das bisschen Sommer vielleicht noch geniessen. In diesem Sinne, besten Dank fürs Reinhören. Und wenn ihr mögt, gerne in der nächsten Episode wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.